Hashtag alle fürs Klima. Die Bewegung Fridays for Future hat heute zum weltweiten Klimastreik aufgerufen, wie zum Beispiel hier in München. In insgesamt 470 deutschen Städten gibt es heute Proteste. Warum bist du heute hier? Um das Klima zu retten. Weil ich finde, dass die Klimakrise das große Thema unserer Zeit ist. Die jungen Protestierenden fordern zum Beispiel von der Politik, die Erderwerbung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. Was muss unsere kommende Regierung fürs Klima alles machen? Auf jeden Fall mehr erneuerbare Energie und raus aus der Kohle. Mehr, damit wir unser Ziel erreichen, 2045 klimaneutral zu sein. Die Fridays for Future Demo findet dementsprechend kurz vor der Bundestagswahl statt. Ein klares Statement vieler junger Menschen. Sie sind wütend und enttäuscht, aber alle fordern, die Politik muss jetzt handeln.